Musik 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 Gehst du als Batman heute? Wir gucken aber, es ist ja eh immer die Frage, was wir noch haben. Es ist immer so verlieffen alles. Ja. Willst du Polizist sein? Willst du ein Skelett sein? Ja, Polizist. Polizist? Ich bin ja. Ich habe mein Outfit auch schon rausgesucht. Was? Ich gehe als Rapunzel. Rapunzel? Bist du, gehst auf diese Party? Heute? Ja. Ist das eine Party, hast du gesagt? Ja, also eigentlich war das schon geplant, aber ich glaube morgen ist Game Day, deswegen. Also als schwarzer Mann gehen. Oh, ist gar keiner. Das stimmt. Morgen ist auch Game Day, oder? Ja. Aber kein Shootabout für dich, also kannst du ja machen. Ehrlich? Okay, ich werde heute leer sein. Alex, hast du das gehört? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht der richtige Anlass, jetzt rauszugehen. Kann ich verstehen. Machst du vom Bruder eine Ausnahme? Nein, Spaß. So kann losgehen. Das Interview startet in wenigen Minuten. Okay. John Horton. Nice to meet you, man. How are you? See y'all. Hi. Thanks for giving us the time. Appreciate it. Yeah, thank you. Thanks, Dean. Nice to meet you. Nice to meet you. What was the time to do? Did you think you had a chance to go medal? Were you surprised that you did so well? Just your overall thoughts on going into the tournament. I think going into the tournament, we had an exhibition game in Abu Dhabi against the States. And after that game, I think we lost about like seven points. But dominated, you know, 34 minutes of the game. But we went back to the locker room. Of course, it was a little sad that we lost it. But I think that was the point where we knew we can win the World Cup. I mean, everybody was just, you know, ready to take over a game. It don't matter if it was a rebound or a steal or, you know, a layup or a three-point shot. And, I mean, of course, we got four NBA players. Daniel Tires in Indiana. He had probably his best summer this past season. I really enjoyed it. Pleasure. Nice to meet you, man. You got your water. You want to take a few more? You don't have to take a few more? This is good. Yeah. Good to meet you, man. Thank you for everything. Really appreciate answers for spectacular. Thank you, man. Yeah. Thank you. And don't eat too much candy. No, no, no. Stay away with the candy. Have you been a little? Yes. A little, yeah. Wow. Achtensivt schon. Wie, 20 or 17? Achtensivt. Ach so. Aber hast du gut gemacht, bro. Yeah, aber gut. Oh, Alex is auch direkt da. Professional, man. Was wirst du für? Open the window, man. What, man? Hi. So, was sagst du Auto abholen jetzt? Ja, ich muss eigentlich, aber ich weiß nicht, ob der jetzt noch am Start ist. Das geht nicht in der Arena. Wir sind immer in der... Wenn du bereitst du für eine Service oder was, lass mich wissen. Ich nehme alles, ich nehme alles. Ich habe nur mit einem Mann gearbeitet. 38 Jahre ich bin mit ihm. 38? 38 Jahre. 38 Jahre, dann bin ich 60 Jahre alt. Und dann ... Das ist der erste Tag. Das ist der Ort. 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 Hier ist alles. So würde ich gerne mal mein Dings hier haben im Büro. Ach ist? Versteh du? Ja. Auf clean und so alles? Sehr, sehr schön. Das ist der Ort. 15 Tage. Scottie war hier. Dick war hier. Ja. Und Darko war hier. Und von Boston. Brissett war hier. Brissett war hier. Brissett. Und dann war hier noch ein Mann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist der Ort. Und das ist der Ort. Man macht immer Dings auf, ne? Hier. Knapp. Ne, nicht mal. Ohne anfassen. Achso. Okay. Ich zeig dir nochmal. Also Freunde, ich weiß nicht, ob wir das Film gesagt haben, aber wir sind hier, weil Dennis ein Auto gesponsert bekommt für die Season. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist das, was ich wollte. 10. 1. 1. 1. 3. 3. 4. 4. 3. 3. 5. 1. 2. 3. Das ist ein tolles Fahrrad. Ihr werdet es lieben. Ihr werdet es lieben. Ihr werdet es nicht mehr über nichts. Und die fronten. Walken! 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 Oh wirklich? Das ist wie wir in Genesis gehen. Geh, geh, geh weiter! Oh, das ist dich? Ich bin vor dir. Wer ist die Automarker? Genesis. Genesis? Kanadische Marker? Es ist nicht eine Kanadische. Es ist eine Kräfte. Wie viele Schleifte haben? Ja. Ja. Das ist ziemlich toll, Mann. Also geh und starte die Fahrrad. Ja. Also kurz hier noch ein bisschen Paperwork. und dann aufschicken. Wie viele Leute sind hier? Richtig viele. Aber das haben wir noch nie gesehen. Ja. So viele Kinder. Ja. 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 Es ist Schroeder! Mit Middleton gibt es zu Schroeder. Das ist ein Milwaukee Team. Der Offense ist ein High-Octane. Er hat sich in Schroeder in der Zeit in der Post. Schroeder B. Turns, Fires. Schroeder! Schroeder. 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 Hier ist O.G. Turns, Fires. Auf der 3, und es ist gut. Der 13. Der beste perimeter defender. Drew Holliday in der Dame-Willer-Diel. Oh! Wie es ist mit der Slam? Es ist über Schroeder. Schroeder in der Front Court. Perto! Und Jakub Perto. Jerry Trent, Jr. Grady Dick. He played well on Monday. I know he hat ein tonne shots, aber hat ein sehr gutter. Ein alterer Paine. Givet up a lot of size. Ananobi attacking Portis, great offensive pace, as Darmko mentioned, that's what he wants to see, here's a three, go! A big believer in the M-Shot, 41% from three in the preseason, hasn't been as on track in the regular season, but they're going to need that from him. Barnes! I'll tell you what, I would not want to be a fly on the wall in the Bucs locker room at halftime, because... Oh, gee! Schroeder, in the paint, and it's Schroeder, but... This is tons of sound minutes on both ends, right? And when you get to that point where it's habitual, you get good shots, Matt, when you screen the zone. Go! There he is! Schroeder, spin dribble, on the takeaway! Oh, gee! Brows it! And Dick sends it now to Schroeder. Siakam... Attacking! Making the pass to make the pass. Decisive! Yeah, there's intent to it. Schroeder! Pass it, because I don't want to be put in that category, right? But you've got to find that balance between getting yours and his... Do you don't want to take it? No, no, no.